Ich muss mal ganz kurz eine Sache sagen, Chat. Shoutouts gehen raus an alle, die mir Nacktbilder geschickt haben von Elena Camperi, Digga. Junge, ich weiß nicht mehr, was das war, aber wir haben uns in irgendeinem Video angeschaut. Da ging es um den Onlyfans-Account von Elena Camperi, Digga. Und ich glaube, ich habe gesagt im Video, also in der Reaction, yo, wenn jemand einen VIP-Account hat bei ihr, kann er sich gerne mal bei mir melden. Ah, okay, Mont hat Elena Camperi gegoogelt. Okay, das News habe ich jetzt nicht gesehen, Bruder. Es ist aber auch, also sage ich ganz ehrlich, ist auch nicht verwerflich, Bruder. Die sieht schon sehr, sehr gut aus. Kann man die jetzt nicht übel nehmen. Warte, ich auch einen Onlyfans-Chat? Ja. Also, falls da jemand VIP ist oder halt irgendwie ein Abo hat, hit me up on Instagram. Vielleicht kann man da ja mal das Passwort einmal rüber schicken. Bruder, auf einmal, ich gucke so meine DMs. Wir schicken einfach 20 Leute Bilder von der. Yo, what the fuck. Sympathisch. Ja, man, sympathisch, Digga. Sehr ehrenwert von euch.